Wasser, das zentrale Element unseres Planeten und die Basis jeglichen Lebens. Der Mensch benötigt das Wasser tagtäglich, doch sauberes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Damit die Qualität stimmt und auch schnell etwas gegen negative Entwicklungen unternommen werden kann, wird unser Wasser regelmäßig durch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und den Bundesländern geprüft. Seit Anfang der 1990er Jahre werden regelmäßig Proben von rund 2000 Grundwassermessstellen in Österreich gezogen. Das Messprogramm umfasst Standardparameter, wird aber immer wieder ergänzt durch neue Parameter, neue Methoden, die sich durch die Weiterentwicklung der Wissenschaft ergeben. Die Wasserproben werden ins Labor gebracht und dort analysiert und qualitätsgesichert. Die Daten werden interpretiert, online zur Verfügung gestellt. Weiters werden auch Auswertungen dieser Daten in wiederkehrenden Abständen in Jahresberichten publiziert. Aber nicht nur das Grundwasser, also die Quelle für unser Trinkwasser, wird überprüft. Auch Fließgewässer und Seen werden regelmäßig chemisch und biologisch untersucht. Wir stellen natürlich immer wieder auch Probleme fest, da unsere Lebensweise sich doch auch in unserem Gewässer und Wasser widerspiegelt. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass die Wasserqualität in Österreich gut ist, bei den Quellen sogar sehr gut. Wir werden auch in Zukunft unser Messprogramm ambitioniert weiterführen. Damit legen wir eine wichtige Basis für den Schutz unserer wertvollen Ressourcen Wasser. Gratul tombe. Amen. Na, nicht nur für den Schutz der Dienste혜.